Moin und herzlich willkommen zu Dabonias Testwelt. Ich habe euch heute mal zwei Boxen von Tesano Bio mitgebracht. Ein Online-Shop, dort bekommt ihr, wie der Name schon sagt, Bio-Produkte. Alles, hier steht es auch nochmal drauf, vegan. Alles ohne Zusatzstoffe, ohne künstlichen Zuckerzusatz, also so natürlich wie es nur geht. Nicht wundern, dass heute diese eine Box schon mal auf ist. Dieses beides war in einem großen Karton und der Bote hat das leider fallen lassen und oben drauf stand Vorsicht Glas. Deswegen habe ich mal diese Box, das ist nämlich die schwere, wo ich vermutet habe, da ist dann ein Glas drimmer eben aufgemacht, nur um zu gucken, ob alles in Ordnung ist. Deswegen auch diese Flyer hier einfach nur so verteilt. Die waren dann in der großen Box so drin. Ein bisschen Werbung hier zum Beispiel von Rapunzel. Die Marke kenne ich zum Beispiel schon, Nüsse, Früchte. Dann hatte ich hier einmal ein bisschen Werbung für Rap-Vital-Kost drin. Kenne ich persönlich nicht. Wahrscheinlich habe ich hier gleich irgendwie was drin. Und dann haben wir hier noch einmal für ein bisschen Schokolade einen kleinen Flyer drin gehabt. Und einfach nur ein kleines Dankeschön für die Bestellung. Ein kleiner Tipp, das vielleicht als Untersetzer zu nehmen, ist dann halt nachhaltig. Hier hinten auch noch mal ein bisschen Infos da drauf, wie nachhaltig der Shop an sich ist. Zum Beispiel werden die Produkte, die man dort bestellt, neutral in einem Graskarton versendet. Steht hier auch drauf. Zeig ich mir eben. Von Mio-Biene. Also von daher ein bisschen Infomaterial. So, an sich der Shop bietet natürlich, klar bei mir, es müssen immer Boxen sein. Deswegen jetzt drehe ich sie mal um. Da bekommt ihr sogenannte Life-Changing-Boxen. Sieben verschiedene sind im Angebot. Ich habe mich jetzt mal für diese beiden entschieden. Einmal für die Sweetbox und einmal für die Kids-Box. Kostenpunkt für beide 20 Euro. Wir schauen dann gleich mal, was da so drin ist. In der Kids-Box ist angegeben, mindestens sieben Produkte. Und in der Sweetbox sollen sogar mindestens zehn Produkte drin sein. Und ihr könnt bis zu zehn Prozent sparen. Das heißt also jetzt nicht, dass ich hier Sachen im Wert von, sagen wir mal, 30, 40 Euro drin habe. Wenn ich Glück habe, natürlich schon. Aber ist dann nicht so wahrscheinlich. So, jetzt, da ich sie ja eh schon geöffnet habe. Man sieht hier oben auch gut gepolstert. Schmeißen wir mal ein bisschen zur Seite. So sieht es dann in der Kids-Box hier aus. Und es ist alles heilige Bier. So, die andere Schuhe erstmal immer ein kleines Stückchen zur Seite. Wir schauen auf jeden Fall mal, was wir hier so alles drin haben. Damit hatte ich schon gerechnet, bei einer Kids-Box, so biomäßig, dass da bestimmt irgendwie so ein Gläschen drin ist. Mein Jüngster isst eigentlich keine Gläschen mehr. Ich hoffe mal, dass es jetzt Frucht ist. Es ist auch Frucht. Apfel und Banane mit Aprikose. Weil das kann man auch gut mal als Nachtisch einfach löffeln. Normalerweise, solche Gläschen kaufe ich mittlerweile nicht mehr. Aber die Marke kenne ich auch. Die hat mein Jüngster auch gerne immer gegessen. So, dann schauen wir mal als nächstes. Also es ist auch Gott sei Dank alles gut verpackt. Deswegen ist nur auf nichts kaputt gegangen. Ich glaube, ich muss drauf das hinten. Nein, funktioniert. So. Und zwar haben wir Kinderketchup. Okay. An sich, Ketchup. Ja, Tomatenketchup. Also direkt Kinderketchup habe ich noch nie gesehen. Wirklich nicht. Von Zwergenwiese. Fruchtig mild mit Apfelsüße. Also da bin ich mal gespannt. Also im Endeffekt würde ich jetzt sagen, so alles drin, was normalerweise auch im Ketchup drin ist. Ganz viel Tomate. Ja, und dann halt Apfelticksaft, Äpfel. Zwiebeln. Gut, die sind ja auch oft drin. Und Zimt. Das finde ich ganz interessant. Das werde ich auf jeden Fall auch probieren. Nicht nur meine Kinder. Oh, ein Rotbäckchen Lernstartsat. Den durfte ich schon mal mit meinen Kindern testen. Der ist total lecker. Der ist richtig gut. Ob der jetzt wirklich bei der Konzentration hilft, weiß ich nicht genau. Aber er ist lecker. Dann nochmal Rotbäckchen. Und zwar das Fruchtbäckchen. Gut, dann muss ich wieder gucken bei meinen mehreren Kindern, wie ich das dann auftrege. Teile. Nochmal Holle. Dino Date. Apfel mit Heidelbeere und Dattel. Ein Fruchtquetschi. Kommt bei Kindern ja immer gut an. Ich glaube sogar, egal bis zu welchem Alter. Really Raw, ein Organic Bio-Energy Bar mit Apfel. Bisschen niedlich. Das ist wirklich nur so ein ganz kleiner. Kleiner Mini-Sack. Naja, soll ja auch für Kinder sein. Soll ja auch nicht für mich sein. Eigentlich. Dann haben wir hier noch ein Glas. Und zwar Sieben Zwergemus. Demeter Bauchhof. Mit Apfel, Möhre, Birne, Heidelbeer, Erdbeer. Oh, das klingt aber interessant. Traube, Hagebutte, Sanddorn und Zitronensaft. Kannte ich oder kenne ich bis jetzt auch noch nicht. Wird dann demnächst auch ausprobiert. Also es ist auf jeden Fall, man sieht, hier gut verpackt. Ich werde hier ordentlich vollgekrügeln. La Salsa de Picolé. Also ich würde mal sagen, eine Pasta-Sauce. Mit ordentlich Gemüse drin. Kenne ich auch überhaupt nicht. Auch die Firma La Selva. Das sagt mir gar nichts. Kenne ich gar nicht. So, das ist Möbel, Möbel. Dann haben wir noch Feuchtdücher. Das ist super. Die kann ich immer gut gebrauchen. Von Organic. 60 Stück. Sensitive. Das ist super. Die werden dann auch recht bald getestet. Dann haben wir einen Tee. Janosch Faulitzer-Tee. Ein Kräutertee. Ich muss sagen, meine Tochter zum Beispiel trinkt auch wirklich recht gerne Kräutertee und gar nicht unbedingt so gerne Früchtetee. Das passt dann ganz gut. Und eine Bambuszahlenbürste. Speziell für Kinder. Sogar ein bisschen farblich. Mit Blau unten. Und damit ist unser erster Karton auch leer. So. Wie viele Produkte haben wir? Mal ein bisschen hier. Füßelkram weg. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, fünf, zehn, elf Produkte. Ich würde mal sagen, mit 20 Euro kommt es wahrscheinlich auch hin. Dann zum Beispiel also hier diese Bio, äh, Bio sag ich schon, Bambuszahmbürsten. Die kosten ja nun auch ein bisschen mehr. Ich weiß, der Rotbäckchen ist auch nicht ganz günstig. Gut, ich weiß nicht jetzt, wie teuer so kleine Fläschchen sind. Na? Heute kostet, glaube ich, auch so ein Gläschen, so um die einen Euro. Also ich schätze mal, es kommt ungefähr mit 20 Euro hin. Ich hätte mir das jetzt allerdings nicht für 20 Euro geholt. Pastasaucen, muss ich zugeben, gibt es bei uns sowieso nur ganz, ganz selten. Die machen wir meistens selber. Gut, das hier finde ich ganz gut. Also Apfelmus oder im Allgemeinen so ein Fruchtmus, das gibt es schon öfters mal, wenn die Kinder da mal irgendwie Milchreis oder Fang gucken oder so essen. Sowas kaufe ich eigentlich auch nicht. Zum Probieren ganz nett. Ob das jetzt wirklich so die 20 Euro wert ist, also mir persönlich, ich glaube eher nicht. Also diese Box werde ich mir auf jeden Fall schon mal nicht noch mal holen. Obwohl ich natürlich alles gebrauchen kann, so ist es nicht. Und ich auch den Mix, muss ich sagen, das gut finde. Bisschen fruchtig, bisschen was zum Kochen, Pflegeprodukte. Das ist schon mal ganz schön. Na, der wäre nicht so. So, und dann gucken wir jetzt mal bei unserem süßen Kästchen, was wir hier so drin haben. Auch wieder gut gepolstert. Ich weiß auch nicht, ob ich mich vielleicht vertan habe, ob es hier mindestens 10 Produkte und hier mindestens 7 waren. Ich muss gleich mal gucken. Das schreibe ich euch sozusagen mal unten drunter. Denn hier haben wir auf jeden Fall nicht so viel drin. Da kann ich jetzt schon sagen, das wäre mir keine 20 Euro wert. Allein von der Menge her. Bin ich jetzt mal ganz ehrlich. Wir fangen auch mal mit was Großem erstmal an. Und zwar haben wir hier Bio-Kokos-Chips. Das klingt auf jeden Fall lecker. Obwohl ich jetzt sagen muss, so als Nasch-Box, so Kokos-Chips an sich, würde ich mir eher so das Müsli oder das Porridge oder vielleicht mit dem Joghurt essen. Würde ich jetzt sagen. Gut wird auch ideal zum Naschen, verfeinern, dekorieren, verkuchen und so weiter und so fort. Also, ja gut, das heißt ja auch nicht unbedingt Nasch-Box, sondern Sweet-Box. Also von daher haben wir einmal die. Und dann haben wir als nächstes Life-Sweets Spiced-Fick. Also Feige. Die sehen irgendwie so leicht aufgerollt aus. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt so richtig erkennt. Ich weiß nicht, ob man die so rausholen kann. Da ist noch nicht wirklich viel drin. Komm an, dass man besser erkennt. Fünf kleine Röllchen sind hier drin zum Naschen. Ich versuche das mal so, dass es vielleicht nicht ganz so blendet. Okay. Habe ich auch noch nie was von gehört. Und ich bin ja immer auf der Suche nach neuen, interessanten Produkten. Aber auch ich, der immer wieder neue Sachen kennt, das nächste, was ich nicht kenne. Loch-Chuck. Pure Goodness. Protein-Schokolade. Ich meine, Protein-Schokolade hört man ja mittlerweile überall. Mandel, Hanf und Spirulina. Also ein kleiner Schubelriegel. Wir haben auf jeden Fall Riegel hier drin. Viele Riegel. Dann haben wir einen Aprikose-Mandelriegel mit 73% Fruchtanteil. Raspberry, also mit Himbeere, ein Protein-Riegel. Jetzt kommt ein bisschen mehr Schokolade. Ach, deswegen hatten wir hier vorne ja auch am Anfang die kleinen Flyer. Ja, eine wirklich kleine Schokolade. 35 Gramm gerade mal. Es steht drauf, Bean to Bar, super Schokolade. Na gut. Wenn sie dann super ist. Sehr klein. Dann, schau. Oder hatte ich letztens sogar einen Riegel gratis zum Probieren. Eine Weihnachtssorte. Hier haben wir jetzt Roasted Hazelnut. Also die andere Sorte, die ich mal zum Probieren hatte, war wirklich sehr lecker. Ja, mit 65% weniger Zucker. Und das letzte. Eindeutig auch Schokolade. Das sind, nein, das sind so kleine Pralinen, so wie es ausschaut. Drei Stück. Und das steht dann hier drauf mit, was die denn sind. Auf jeden Fall Schokolade. Kakaopulver. Ich sehe jetzt irgendwie keine besonderen Zutaten. Ich weiß nicht, ob da vielleicht noch Nüsse oder so drin sind. Wenn wir sie nochmal gucken. Drei so kleine Schokoladenpralinen. Das heißt, wir haben eins, das wird jetzt zusammen, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Dann war es glaube ich umgekehrt. Hier waren mindestens sieben Produkte drin. Und da waren mindestens zehn Produkte dran. Hier bin ich jetzt mal ganz klar und ganz ehrlich, ist mir keine 20 Euro wert. Absolut nicht. Für mich persönlich jetzt ein kleiner Vierkauf. Ich meine ganz ehrlich eins, zwei, drei, vier Riegel. Eine Mini-Schokolade und drei Pralinen. Und dann... Gut, bei denen weiß ich natürlich nicht, wie sie schmecken. Ich kann mir auch vorstellen, dass die nicht wirklich ganz günstig sind. Ich meine, hier in Chau weiß ich auch, dass das nicht ganz günstig ist. Klar, es ist jetzt vom Preis her noch nicht mal so, dass es jetzt keine 20 Euro kostet, wenn man es einzeln kauft. Das eventuell schon. Oder sogar wahrscheinlich. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es ist mir jetzt keine 20 Euro wert. Da bin ich halt auch so... Ja, Riegel... Fruchtriegel, das ist alles schön und gut. Aber... Also von der Box bin ich ehrlich, bin ich ein bisschen enttäuscht. Kann natürlich sein, dass das jetzt alles super schmeckt. Aber für mich ein bisschen ärgerlich, dass ich da jetzt 20 Euro ausgegeben habe. Beziehungsweise noch mal eben ein kleiner Tipp. Ich hatte vorher auf der Homepage von Essig Deal mir einen Gutschein gekauft. Auf der Homepage findet ihr Deals halt zu nachhaltigen Shops, Bio-Shops und so weiter. Und ich hatte mir dort einen Gutschein gekauft für 6,50 Euro und der hatte einen Wert von 20 Euro. Kleiner Haken dabei wieder, mindestens bestellen wir von 33 Euro. Deswegen hatte ich halt gesagt, komm, ich hole mir jetzt zwei Boxen. Waren ja dann 40 Euro, mein Mindestbestellwert erreicht. Also ich habe jetzt nicht ganz 40 Euro bezahlt durch diesen Gutschein. Aber es ist halt trotzdem... Also wenn ich jetzt wirklich genau diese 40 Euro, hätte ich mich jetzt richtig geärgert. So ist es ja. Ich kann es gebrauchen. Ich werde alles probieren. Ihr wisst ungefähr, was euch erwartet. Vielleicht sehe ich das ja jetzt auch ganz anders. Und ihr sagt so, oh Mensch, was weiß ich. Die ist so super und schmeckt so toll. Und ich kaufe mir das auch. Allein nur wegen dieser. Als Beispiel. Weiß man ja nicht. Aber ihr wisst jetzt ungefähr, was euch erwarten könnte. Noch ganz kurz zum Shop. Ich hatte ja anfangs erwähnt, es gibt verschiedene Produkte oder verschiedene Boxen. Ihr kriegt natürlich auch solche Produkte alle einzeln dort. Es gibt auch eine Kategorie dort für Produkte, die kurz davor sind abzulaufen. Das heißt, Lebensmittel retten ist ja im Moment auch immer ganz toll. Mache ich auch ganz gerne. Und bei den Boxen gibt es noch, ich weiß nicht, ob ich jetzt alles zusammen kriege. Eine Sportbox, eine Histaminbox. Dann gab es eine Dailybox. Eins, zwei, drei. Die beiden sind fünf. Es gab noch zwei. Ich komme jetzt nicht mehr ganz genau drauf, aber ich schreibe euch ja auch unten nochmal den Link zum Shop direkt. Könnt ihr ja dann auch direkt nachgucken. Und preislich, 20 Euro waren die günstigsten. Und ich glaube, die teuste Box war mit 35 Euro dabei. Nur mal eben nochmal so am Rande als Info. Ja, damit sind wir am Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.